Es ist der 28. Oktober und wir feiern heute den Namenstag von Simon, Simone und Simona. Was bedeutet der Name Simon? Simon kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie erhöhrend, höheren, verstehen. Aktuell ist Simon 21 Jahre alt. Das ist der Median des Namens Simon bei uns in der Namenstagsdatenbank. Und bei der Simone, da kommt 40 heraus. Bei den Simones, die ich kenne, passt es eigentlich auch ganz gut. Ja, Simon. Simon war der jüngere Christi, einer der zwölf Apostel und eine ältere Tradition sagt auch, dass er vielleicht ein Vetter von Jesu war. Er bekam den Zelotes, das heißt der Eiferer, weil er ursprünglich der Zelotenpartei angehört hat. Und war im ersten Jahrhundert tätig. Ja, welche berühmten Simons kennen wir? Wir kennen Simon Gosse-Joham, das ist der Komiker. Simone Laudea, eine Fußballspielerin, eine sehr gute. Und natürlich Simone Thumala, die Schauspielerin. Und auch viele andere mehr. Ja, wie man Namenstage einsetzen kann im Dialogmarketing, erzählen wir unter www.marancorn.de Und man kann die App auch kostenfrei herunterladen im App Store und bei Google Play. Herzlichen Glückwunsch Simon, Simone und Simona zum Namenstag. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.